Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Justin. Und ja Leute, ich wollte heute echt nur ganz kurz mal in diesem Video ein paar Dinge ansprechen. Und zwar ist das eine Ding, ich wollte mich einfach nur dafür bedanken für den Support heute im Stream. Hier in dem 7 Stunden Stream, ich habe ja 7 Stunden heute gestreamt, vor 42 Minuten. Wir haben ja gut stabil Klicks gemacht, 250 bzw. 253 Klicks. Auf jeden Fall sehr stabil. Das bedeutet, es waren wirklich Leute, außer kurz am Anfang, waren immer durchschnittlich so um die 2-3 Leute im Stream. Was ja auf jeden Fall mich mega gefreut hat und ich auf jeden Fall richtig viel Spaß daran hatte zu streamen heute. Kurze Info, morgen kommt der Stream ein bisschen später, nicht wie gewöhnlich um 14 Uhr ungefähr, sondern morgen so gegen 16 Uhr, weil ich einen Augenarzttermin habe. Deswegen Leute, stellt euch drauf ein, so gegen 15, 16 Uhr denke ich mal, morgen wird der Stream starten. Und ja, auf jeden Fall wollte ich mich auch noch dafür bedanken Leute. Und zwar, wir haben es eigentlich geschafft, wir haben die 900 Abos geknackt. Wir haben jetzt mittlerweile 913 Abonnenten, also wir haben heute 23 Abos im Stream Plus gemacht. Vor dem Stream hatten wir nämlich 890, jetzt haben wir 913. Natürlich kann es vielleicht sein, dass noch wieder ein paar Leute deabonnieren werden, aber das, was mir jetzt erstmal wichtig ist, ich habe mir die 900 Abos gesaved, weil, wie gesagt, wegen mancher Leute, die immer deabonnieren. Deswegen 900 Abos safen ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil ich glaube nicht, dass 13 Leute wieder deabonnieren werden. Und ich werde jetzt auch täglich streamen, damit habt ihr es auf jeden Fall geschafft Leute. Es wird in den Weihnachtsferien definitiv einen 24 Stunden Stream geben, weil ich hatte euch ja gesagt, wenn ihr vor, bevor der Monat zu Ende ist, die 900 Abos knackt, gibt es einen 24 Stunden Stream. Ich habe mich dran gehalten, beziehungsweise halte mich auch dran und ich denke mal, der Stream wird ja entweder am Ende der ersten Ferienwoche sein, weil ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir starten die Weihnachtsferien wirklich erst auf Weihnachten, auf dem Weihnachtstag, also am 24.12. und fangen bei uns die Ferien an, 23.12. ist der letzte Schultag, also jetzt ungefähr noch einen Monat. Es steht auf jeden Fall viel an, Weihnachten steht vor der Tür, dann jetzt noch die neue Fortnite Season steht natürlich auch kurz bevor, sind auch nur noch zwei Wochen. Dann, ja wie gesagt, Fortnite Season, danach kommt Weihnachten und danach kommt auch schon Neujahr, dann haben wir auch schon 2022 Leute. Also echt krass, wie schnell das Jahr vorbeigegangen ist. Also wirklich, das Jahr ging für mich so schnell vorbei, als ob, keine Ahnung, wir, ob als das Jahr gefühlt nur zwei Monate ging, wirklich so schnell ging das für mich vorbei. Aber damit wir jetzt auch nicht vom Thema blinken und wir wieder zum Thema kommen, auf jeden Fall wollte ich mich dafür bedanken, wie gesagt, dass wir die 900 Abos geknackt haben. Kuss geht auf jeden Fall raus, wirklich Leute, kuss, kuss an jeden Einzelnen, der den Kanal abonniert hat, weil mein Ziel war es schon immer, beziehungsweise am Anfang kann ich euch ganz genau noch sagen, war es mein Ziel, 100 Abos auf YouTube zu knacken, ganz am Anfang. Das habe ich damals geschafft, indem ich GTA gestreamt habe und seitdem, ich bin am überlegen, ob ich wieder mal ein paar andere Games streamen soll oder Videos hochladen soll, weil ich glaube, das wäre auch mal nicht so eine falsche Idee. Aber ansonsten, wie gesagt Leute, wirklich danke, danke an die 900 Abonnenten und das bedeutet jetzt auch Leute, wir gehen auf mein gesamtes YouTube Ziel drauf und zwar gehen wir auf die 1000 Abonnenten drauf zu, weil mein Ziel war es nach den 100 Abonnenten, beziehungsweise mein Traum war es oder eher gesagt ist es, noch immer die 1000 Abonnenten zu erreichen. Wenn ich die 1000 Abonnenten habe, Leute, ich fühle mich zwar nicht krass, aber es ist einfach was Besonderes, weil wenn ich euch ehrlich bin, wirklich nicht jeder schafft die 1000 Abonnenten, weil ich hatte damals mal einen Epic Freund, der hatte auch YouTube gemacht, aber der hatte halt fast nie Zuschauer. Ja gut, wenn man auch 43 Abonnenten hat, muss man halt lange streamen, damit du Zuschauer und Abonnenten bekommst, aber ja, ihm ist es halt nicht gelungen, dann haben wir Kontakt abgebrochen, weil da was passiert ist, haben wir uns gegenseitig geblockt und ja, auf jeden Fall, uns fehlen jetzt noch 87 Abonnenten bis zu den 1000. Auf jeden Fall, wenn wir die 1000 Abonnenten haben, Leute, kommt auf jeden Fall ein besonderes 1000 Abospecial auf euch zu, was richtig, richtig krass wird. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich euch nur kurz sagen, ich wollte euch kurz nochmal Danke sagen, dass wir die 900 erreicht haben. Wirklich, kurz geht an jeden Einzelnen raus, der den Kanal abonniert, egal ob jetzt wegen Fortnite oder vielleicht damals wegen GTA, damals noch wegen FIFA oder wegen Rocket League. Wirklich, wirklich an jeden Einzelnen, der mich supportet oder supportet hat und mittlerweile nicht mehr am Start ist, leider, bedanke ich mich wirklich, weil es ist nicht selbstverständlich, dass man, ja, so viele Abos hat, weil, Leute, ich war wirklich eine lange, lange Zeit inaktiv auf YouTube, weil ich einfach keine Lust mehr auf YouTube hatte damals. Das waren ungefähr zwei, drei Monate, glaube ich, die ich damals auf YouTube inaktiv war, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und, Leute, auf jeden Fall, am 22.12. wird es auf jeden Fall auch nochmal ein Special Stream geben und zwar ist das nämlich das 2-Jahre-Jubiläum von diesem YouTube-Kanal. Nämlich am 22.12.2019 habe ich den Kanal gegründet, kann ich euch auch kurz nochmal zeigen. Hier, 22.12.2019 habe ich diesen Kanal gegründet, eröffnet, wie man es auch nennen will. Und, ja, hier seht ihr es auf jeden Fall, Leute, hier, ja, die Beschreibung halt, Ziel seht ihr da. Ich habe es mittlerweile aktualisiert und zwar bei 900 ist jetzt kein X mehr, sondern ein Haken. Ähm, ich denke mal, wenn ich die, äh, 1000 Abos geknackt habe, dann, äh, werde ich das auf jeden Fall anders machen. Dann werde ich da, glaube, 1000, 2000, 3000, halt bis 10.000 hinmachen und da dann wieder ein X und einen Haken machen, wenn wir die geknackt haben. Weil, äh, oder ich mache halt von 1000, 100 bis 2000 dann zum Beispiel. Mal schauen, Leute, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ähm, wirklich danke an jeden Einzelnen, der mich supportet auf diesem Kanal oder es damals supportet hat. Ähm, weil es bedeutet mir echt viel, auch wenn, ähm, ja, manche gar nicht mehr am Start sind oder einfach inaktiv geworden sind, warum auch immer. Vielleicht kommen sie ja irgendwann mal wieder zurück. Und auf jeden Fall, ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ähm, bleibt gesund und dann, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem erneuten Fortnite-Stream. Wie gesagt, so gegen 15, 16 Uhr, denke ich mal, wird der Stream starten. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, dass wir in der nächsten Zeit bis Ende nächsten Monats dann die 1000 Abos geknackt haben oder beziehungsweise noch vor Weihnachten. Weil das, ähm, oder zum Beispiel vor dem 22.12. noch, weil, Leute, wie gesagt, der 22.12. ist das 2-Jahre-Jubiläum von diesem YouTube-Kanal. Und, ähm, so als, äh, 2-Jahre-Special einfach mal von der Community die 1000 Abos voll zu machen, wäre echt nice, beziehungsweise echt krank, wenn das so passiert. Äh, und ja, wie gesagt, nochmal, danke, dankeschön, geht an jeden raus, der den Kanal abonniert, hat, liked, äh, den Stream vielleicht manchmal teilt oder auch, äh, geteilt hat damals. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und, ja, wie gesagt, ich wünsche euch eine gute Nacht an mir, falls du das Video siehst. Bleib auf jeden Fall gesund, bleib stark, weil, ja, du weißt ja warum. Und, ja, damit darf ich sagen, haut rein bis dahin und ciao, ciao. Und, ja, damit darf ich sagen, haut rein bis dahin.